So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession. Was haben wir uns noch vorgenommen? Ich habe gerade keine Ahnung. Natürlich, warte. Wir müssen unbedingt eine Sälenfalle bauen, was damit Aufsicht hat. Da kommen wir zu noch. Nach dem Platinsitz könnte ich endlich mal gucken. Das habe ich die letzte Aufnahmesession total vergessen. Wir werden immer noch auf dem Mond dieses Eisen sammeln. Ja gut, wir müssen gucken. Vielleicht mal auf dem Mond anfangen zu bauen und schauen. So, Turbinen wollen wir auch noch bauen. Das Dauerlauf noch ein bisschen. Mal schauen. Vielleicht können wir diese Aufnahmesession schon ein bisschen was angehen. Solarzellen ist ja ein Dauerprojekt irgendwie. Wollen wir immer noch ein bisschen machen. Und das AE-Lager, ja gut, was soll ich dazu sagen. Das ist eigentlich passé. Goldrüstung haben wir schon erledigt. Auf Kamera zu tun, habe ich nichts mehr notiert. Okay, gut. Weg damit. So, ich habe ein bisschen, ein bisschen Auf-Kamera-Zeug gebaut. Aber noch ein bisschen. Ich muss mich gerade überlegen. Ich gucke erst mal nach dem Platinsitz. Schauen wir mal gleich nach. Auf Kamera habe ich jedenfalls hier diese Räume ausgebuddelt und hier schon mal die Turbine. etwas vorbereitet. Wer es wissen möchte, dass ihr ist sieben mal sieben und lang ist die zwölf. Na, ihr könnt jetzt gerade Pause drücken und zählen. Dann wisst ihr das. Dann habt ihr das auch. So, da können wir uns dann auch noch drum. So, dann. Was war noch? Was war noch? Was war noch? Das hatten wir, glaube ich, am nächsten Aufnahmesession gebaut. Ja, genau. Hat ja nach so einem kleinen Fail, der dann doch funktioniert. Ich habe keine Ahnung, was falsch war. Es hat, glaube ich, keiner gewusst bisher, wenn es überhaupt jemand tut. Ist auch so eine Sache. Aber gut. Das Ding ist noch leer, aber das macht nichts. Der wird später erst gefüllt, wenn die Turbine denn am Laufen ist quasi. So. Also, gut. Platinsitz gucken wir jetzt mal nach. Ich kann jetzt ein Nickerchen halten. Da schmeißen wir. Hauptsache schmeißen wir es weg. So. Ähm. Nein, schlafen kann ich nicht. Also wird es auch keine Nacht sein. Also gehen wir mal gerade einfach raus. So. So. Ähm. Die Sitz haben wir. Können wir da anschmeißen, glaube ich. Ähm. Die Sitz haben wir, glaube ich, hier irgendwo. Ja, genau. Was haben wir denn hier? Die Diamantssitz. Jawohl. Ja, die wollten wir da haben. Ich glaube ich. Ähm. Das muss ich halt überlegen. Ähm. Ich weiß gar nicht mehr, wie man das gemacht hat. Ähm, ähm, ähm. Platin habe ich hier nicht vorbereitet. Hier ist Eisen, hier ist Lappi, Diamantsamen. Ähm. Ich kann mal gucken. Platin, Platin, wie hießen die Namen? Platini, äh, so. Nein, Platini nicht. Ähm, Platin, ähm, ich hab keine Ahnung. Platin, Platin. Irgendwas mit Platin, oder? Nein. Nein, ich sehe keine Samen hier auf der Seite. Hier irgendwo. Platinium Babels. Nein, das wollen wir nicht. Ähm. Das? Nein, das sind Allberries. Na gut. Ähm. Agri-Kraft. So. Hier haben wir bestimmt irgendwo. Hier ist Diamant. Hier ist der Platin, oh Gott, was ein Wort. So, die waren mit Diamant und Eisen. Diamant und Eisen. Manchmal noch was Bestimmtes. Shiny Orten drunter. Okay, normales, normales Dings. Ferrania. Also, Eisen. Eisen und Diamant. So, das heißt ja eigentlich, ich hätte hier eigentlich schon mal, die Eisen hier eigentlich hinsetzen können. Na gut. So, aber da Eisen. Habe ich zufällig eine Rohre da? Habe ich die hier vielleicht? Warum habe ich hier keine Rohre drin gelassen? Habe ich denn zufällig, äh, hier eine Rohre? Ähm, nee. Ja gut. Eine Rohre. Ah ja, WLAN kommt wieder. Das wäre auch mal eine Idee. Ähm, warte mal. Das schreibe ich mir sofort auf. Das schreibe ich mir sofort auf. Sonst vergessen wir das. Ähm. Ich nenne es mal, ähm, ich nenne es mal WLAN. Es ist zwar kein WLAN, aber ich nenne es einfach so. Dann weiß ich genau, was ich meine. Hauptsache das. So. Ähm. Ähm. Eine Rohre. Davon haben wir noch ein paar. Gut. So. Und es wird wieder Nacht. Auch gut. So. Agri-Crops. Agri-Crops. Und Ferros. So. Die Welt ist mir eigentlich im Grunde wirklich egal. Ähm. Von daher. Passt doch schon, ne? So. Ähm. Gut. Ähm. Jetzt muss ich erst mal wieder wachsen. Das ist sehr doof. Knochenmehl habe ich hier keins. Das funktioniert sowieso. Manchmal nicht. Manchmal schon. Manchmal nicht. Äh. Das ist halt bescheuert. Naja. Was soll man machen? So. Dann brauche ich sowieso noch Platin. Also Platin könnte ich noch besorgen. Äh. Äh. Jawohl. Da haben wir ja noch Shiny. Ich mache nur eins. So. Die Eisennackts können weg. So. Ähm. Die Sticks habe ich oben. Eine Ho habe ich noch am Mann. Ähm. Du kannst mal hier weg. So. Zum Glück sind wir ja fliegend relativ schnell unterwegs. So. Das bereiten wir einfach mal vor. Hier. Ähm. Du. Und du. So. Und du kommst jetzt hier. Ähm. So. Du orange. Weg. Und du bist. Gold. Genau. Gold. So. Erstmal wachsen. Oh. Gut. Nächster Plan. Äh. Pack mal da rein. So. Okay. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Was wollten wir noch machen? Ähm. Noch der Turbina gucken wir gleich. Um was wir machen können. Zeichen hier echt vorbe... Ich habe hier noch Diamanten vorbereitet. Äh. Äh. Die brauche ich noch. Die müssen noch wachsen. Okay. Lassen wir das. Gut. Nächster Plan. Nächster Plan. Ich habe es vergessen. Ich weiß gar nicht. Was wollte ich machen? Was wollte ich eigentlich tun? Können wir mal gucken, ob wir eine Turbina vielleicht bauen können. Äh. Wohl. Lass mich nochmal hier gerade gucken. Das kommt nicht nur aufgaben, Leute. Das kommt natürlich hier hin. So. Ähm. Blattchen sind wir dabei. Seelenfalle. Genau. Die wollte ich machen. Ne, Turbina. Mal gucken. Ich bin hier am Enderium brutzeln. Ich bin hier. Das brauche ich noch ein bisschen. Okay, das muss man auch in Ruhe. Hab ich schon. Ich glaube schon. Na gut. So. Ähm. Äh. Das wird schon wieder vergessen. Äh. Seelenfalle. Seelenfalle. Solche Seelenfalle eingehen. Turbina. Mal was mal Turbina. Wir haben Turbine Power Port, Turbine Housing, Turbine Fluid Port, Turbine Controller, Rotor Wirtschaft, Rotor Blades, Turbine Housing, die werden nicht reichen, Turbine Glass, Turbine So, ja, natürlich, so. Gut, machen wir einfach mal ein Stack, ich glaube, der reicht sowieso nicht. So, ähm, gucken wir mal. Also das, das Housing Power Port. Mal gucken, was wir schon alles machen können. Ich weiß es hier auch mal ein bisschen automatisieren, erst eins da drin. Na gut, aktuell verbrauchen wir nicht viel, darum, ja, eh das hier relativ langsam, aber macht ja nix. So. Alles klar, Power Port. Steck mal, hier kommt das alles hin. Ich hab ja auch zu viel Glas gemacht, aber macht ja nix. Bei sowieso noch ne Turbine, ne. So. Controller natürlich. Da hin. Power Port, Power Port, äh, wenn ich mir so rechte Belege, die Kabel, die Schläuche, die Leitungen halt, für den Dampf, da werden wir wahrscheinlich hier raus, dann da oben lang und dann da reingehen. Also wenn die Anschlüsse wahrscheinlich oben hinkommen, also kann ich den Power Port hier unten hinsetzen. Und die Fluid Ports, die bauen wir mal hier hin. So. Ähm. Jetzt hab ich echt zu viel Glas gemacht, weil eigentlich, äh, weil ich das so machen soll. Schauen wir mal. In der Mitte muss das Ding hier durchgehend, äh, noch zwei Stück. So. Genau. Äh. Die Rotorenblätter. Ich brauch hier eins, zwei, drei frei und dann kann ich hier anfangen. So. Baut doch mal da hin, wo du hin soll. Mein Gott. So. So. Da dran. Genau. So. 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 Okay. Ich bin mir grad nicht mehr ganz sicher, ob ich es richtig mache. Weil ich schiebe nur mal die Zeilen nicht mehr im Kopf, ne. Ich hab einfach, ähm, ich hab einfach bei meinem letzten Display geguckt, wie ich es gebaut habe. Aber halt, ja, ich weiß nicht mehr, wie genau das berechnet hat, hat das mich echt noch mal nachschauen. Weil das ist ja eigentlich schon recht kompliziert, wie ich das, wie dieser Kram hier berechnet. So. 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 Jetzt nach oben hin. Na komm. So. Okay. Äh. Jetzt kann ich ja lieber dran bauen. Hoch. So. 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 Alles klar. Jetzt haben wir den Rotorenblätter. Sehr schön. War das auch erledigt. So. Im Grunde. Kommt ihr dann das Glas hierher. Oh, meinst du vor der Hals? Was soll denn das? Na ja. So. Machen wir das so, oder? Ja, machen wir so. 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 Hier. Ja, hier kommt massiv hin. Und dann drüben kommt massiv hin. Sonst sieht das irgendwie so doof aus. Finde ich jetzt. Und da brauchen wir noch ein paar. Wir haben noch nicht genug. 1, 2, 3, 4, blablabla. Keine Ahnung. Das sind ja 5x5, ne. Das sind dann 25, ja nochmal so, 50 Stück ungefähr. Minus die Blöcke, wo schon drin sind. So. Okay. Dann mehr können wir jetzt auch hier nicht tun. Na toll. Wäre ja klasse. Äh. Äh. Ich könnte natürlich erstmal gucken, wieviel die Lorien haben wir denn. Äh. Okay. Sand haben wir auch ein bisschen was. Dann könnten wir hier ein bisschen machen. Ich mach mal einfach so ein Stack gerade mal gucken. Ähm. Hier. Turbinen. Fast 50. Ähm. Ähm. Ja komm. Das dürfte ich dann eventuell erreichen. Ich brauche aber noch. Anblickredaktor. Ähm. Das da. Genau. So. Du kannst weg. Turbinen. Ja. So. Okay. Cool. Dann ist die Turbinen ja doch schon eigentlich fertig. Dann bauen wir doch mal noch die Leitungen. Ob ich auch bauen kann, weiß ich gar nicht. Hm. Ja komm. So. 여러분.